so hier das fahrzeug damit fahren wir in den wald da ist dieser blöde fisch big mouse billy bus du kommst mit du hässlicher frosch oder fisch einfach mal genießen jetzt noch mal ein kleines warm-up so zur vorgeschichte noch es hat heute früh auch hier extrem geregnet also hier sieht man auch richtig wie nass das alles ist machen ab jetzt machen wir uns an wie warm-up hier hier ein spektakulär deswegen noch mal gucken ob einer guckt nicht dass einer uns was will man mein verdammter daumen warum musst du der wind hier in die richtung gehen na ja wirklich spektakulär ist es nicht aus sehr spektakulär spektakulär jetzt noch jetzt haben wir das nächste kleine problem wohin mit dem knaller wir werden den in sein maul rein machen ich muss euch mal zur seite gehen verdammt geht nicht tut mir leid so sieht der jute fisch jetzt aus und so werden wir ihn schön in die luft jagen mal sehen was er macht wir nehmen auch gleich eine mülltüte mit weil ich werde den ganzen scheiß hier nicht im wald liegen lassen ich werde den halt mitnehmen wieder wenn er zerfetzt ist und mach alter 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 der dreck alter ist ja das war es wohl für dich mein guter gehst du noch